Max, du auch, du auch, du auch. Du musst doch mal am zweiten Brett springen. Äh. Ah, Max steht hinten drauf. Jo. Ja Leute, wie soll ich sagen? Also das Numbers Event war nix, ne? Und den Titel meine ich halt auch so wie er da steht. Es war bisher das am wenigsten aufwendige Event, wo sie wirklich am wenigsten Zeit reingesteckt haben. Man musste ja wirklich nur zu diesen verschiedenen Stationen laufen in Verdansk und musste nur da in der Nähe sein, während das irgendwer anders aktiviert. Könnte mit dem Auto vorbeifahren zum Beispiel und hab dann quasi die Mission geschafft und als letzte Waffe, wenn man dann alle sieben oder neun Stationen abgefahren hat, bekommt ihr dann diese Nahkampfwaffe, die ganz cool ist. Wesentlich geiler ist die Variante im Shop, die halt einfach mal wieder 10 Euro kostet. Wäre halt geil, wenn man sich sowas auch freispielen könnte durch irgendeine Challenge oder so, aber ich bin halt, was das Event angeht, ich will auch gar nicht groß drüber meckern, weil das Video hier an sich wird gleich echt unterhaltsam. Ich hab mit den Jungs das nämlich an dem Abend, wo das Event rauskam, getestet, haben dann auch ein paar Runden gespielt und war jetzt gesagt einfach lustig. Ich find's einfach nur schade, dass dieses Event so groß angekündigt wurde. Auch immer in den Patch Notes stand da, ja bald kommt das Numbers-Event und ich hab mir insgeheim irgendwie so ein bisschen gedacht, geht da jetzt die Wars on Story ein bisschen weiter? Ob's da noch irgendwelche Geheimnisse gibt? Vielleicht auch, wie es vor einem Jahr war, ein neues Easter Egg, wo man vielleicht die Waffe freispielen kann. Das erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch gut dran, dass das viel geiler gelöst war alles. Und jetzt gab's halt wie gesagt nur ein Event, wo man ein bisschen ein paar Minuten rumfahren musste und dann hat man die Waffe direkt bekommen ohne irgendwie einen großen Aufwand. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass jetzt Vanguard bald rauskommt, wobei da arbeitet ja auch ein anderes Studio dran. Also eigentlich könnte Raven Software dieses Event noch ein bisschen schöner gemacht haben, aber die arbeiten wahrscheinlich an den neuen Warzone Map und das wird auch alles irgendwie der Grund sein, warum das gerade mit ein bisschen wenig Liebe passiert. Aber trotzdem, kann doch nicht sein, Jungs. Andere Entwickler kriegen das doch auch hin, so Events ein bisschen spannender zu machen. Das ist ein bisschen geiler. Da fand ich das Zug-Event letztens vom Vanguard-Reveal geiler. Und jetzt steht ja in weniger als zwei Wochen, hier zwölf Tage noch, schon die neue Season an, beziehungsweise bald irgendwann dann ja auch noch Halloween. Und das Halloween-Event letztes Jahr war meiner Meinung nach das beste Live-Event, wo alles dann düster wurde und dunkel. Schreibt mir gerne mal euer Lieblings-Event in die Kommentare und ja, ich hoffe einfach, dass vielleicht zu Halloween wieder was Cooles kommt. Ja, ich glaube wir müssen halt einfach gerade echt abwarten, bis dann die neue Map kommt, bis das neue COD draußen ist, bis dann Battlefield da ist und wir dann einfach wieder viel mehr neue Sachen erleben können zusammen. Und bis dahin, wie gesagt, jetzt kommt nochmal ein Warzone-Video und ich werde auch nicht Warzone aufhören, auf keinen Fall. Aber ich werde als nächstes Video wahrscheinlich mal was anderes machen. Aber jetzt an der Stelle wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Video, ist auf jeden Fall unterhaltsam geworden. Let's go! Yo! Yo! It's up! Boah, Jungs, das Event ist ja aber mega. Manchmal schon drin wurde, siehste. Dann haben wir wieder alle drei dasselbe Intro, super. Ja, perfekt, sehr egal. Einmal wieder vier Videos in der reichen Scheiße. Perfekt, Digga! Oh Mann, Digga, Mann! Das war erst mal einfach perfekt. Schöne Reihenlikes, Leute, let's los! Hey, Janosch und Akulatius! Oh, guck mal, die Stoner, richtig OP! Hahaha! Boah, richtiger Gamer! Hey, Jungs, aber jetzt ohne Witz wäre es so lustig, da zu landen jetzt, weil da landen mit Sicherheit 150 Leute. Ja, und Plättenbocken. Ja, Max ist wieder mal in meinem Haus. Ja, ist leider so, ne? Aber wir haben dafür 15 Tage Zeit, also, easy! Oh Gott, Event. Ja, guck mal! Ah, auf mich! Sniper von? Weiß ich nicht. Ah, ja, von der Ecke, atm ich, lol! Ah, nice. Ich mach' kein Rückzug. Ich bin auch da, Jungs. Ja. Oh, gut, ich sag' halt nicht, ja, komm. Achtung, Auto gleich kaputt. Gut gemacht. Shitfahrer. Kann mich einer hinfix? Nicht, komm, ich versuch's. Einer down. Ist da Ladeanusch? Ist da Ladeanusch? Weg, weg! Der Königstiger ist getötet worden. Muss er jetzt hin? Nur noch einen, nur noch einen, nur noch mal. Habe ich, alles gut. Ach, lol, der hatte ich gefunden, ist der Sack. Ach, komm, 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 komm. Ach, komm, komm, komm! Ah, fahr, 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 fahr! Mh, gib Gas jetzt! Mh, mann! Ja, und Auto kaputt, ja, hier ist ja richtig gut gelaufen. Max, wartet, 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 ja, wie denn? Der zum Einkaufssagen, da, steht oder? Und zum Platz, jetzt, dann. Mann! Oh, jetzt, nein! Das sind solche Geeks, ne? Es ist, äh, wirklich, der hat einfach Hörner. Ich bin einfach auch Dämonen, ne? Alter, das ist leider wahr. Wir können jetzt nicht schon wieder ne Pause machen, Jus. Ich brauche kurz mentale Pause. Wir haben ne Sniper, ich hau den. Warte mal. Crack. Ey. Akku down. Ist jetzt einer, P? Unten auch, die kommen jetzt hoch. Unten war einer draußen. Jo, wo ist es auch noch einer? Ah! Ich bin sehr low. Oh, geil! Ah, da unten. Max, die sind hier noch im Lack, ne? Hä? Wer hat ja Doppelleben, oder was? Oh, Team weg. Ah! Bin bereit, reinzuschallern. Auf mich! Ah, ja. K.O. Wichtig, Max. Big, big, big. Ja. Das ist weg. Oh! Big! So! Guck mal. Stimmt so. Wo ist denn dein Hexenskin? In dein höfliche Prinzessin. Der Hexenskin, da ist der Umhang immer noch verpackt. Ja, das war geil. Und dann witzig, ich würde das in meinen Solo-Videos, würde ich nichts an... Hä? Mach dir da. Ich würde, glaube ich, nichts anderes machen, als dieses Spiel. Der Hexenskin hat nur seinen Mantel ausgezogen. Nein, das ist nicht der Hexenskin. Es dreht doch die Wartze auf deiner Nase, also. Nein, das ist nicht der Hexenskin. Ah, auf der Brücke. Am Trakt! Ja, ich parke mal hier. K.O. Schön. Ah, ich hab's jetzt... Ah, er steilt mich. Wo? Auf der Brücke, ne? Komm jetzt bitte. Hallo, Hilfe. Komm, wir fliegen ohne Max weg. Max, du auch, du auch. Du auch, du auch. Ich muss noch aufs Reitenbrett springen. Äh. Huh. Ah! Max, steht hinten drauf! Jo! Alter! Komm jetzt gegen Baum. Ja, kaufen wir mal. Nee, nee, nee. Das wäre lame. Oh, ne Laterne. Uh. Mann, Akku. Mann, ey. Eh können. Akku, kaufen wir mal. Ah, ja. Down. Einer ist direkt. Komm, zeig dich. Wir haben geschützt! Mann! Ich hab doch gecallt. Ja. Ein anderer ist hinter dem... Clown. Nein. Mein Gott! Wo ist mein Kill? Ah! Jungs! Nein! Oh, Gottes Willen. Es hat Max fast getötet. Ach du Scheiße. Es wär jetzt so funny gewesen, wir hätten ihn noch finishen lassen können. Wär so funny gewesen. Ach, Mann. Äh, kann ich helfen? Komm. Ja. Ich bin ein Erstauner. Unten oben, sag mal wo jetzt die sind. Ja, oben halt. Ganz oben. Ja, nicht ganz oben. Jemand steppt hier. Ah! Auf'n Klo hier. Ja, er kommt, er kommt hoch. Ja, er kommt hoch, er kommt hoch, er kommt hoch. Bei mir. One, nee, zwei, drei, vier Shot. Geil. Ich wollte einfach, mein Instinkt hat mir gesagt, ich muss da weg. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Na, in der Hauswand. Oh, ich hab ihn, glaub ich. Und links Auto. Das sind vielleicht die drei harder. Da oben auf'n Berg. Oh, nee. 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 Check down. Ich bin hinter einem. Hey, von rechts hier. Den hab' ich nicht gesehen. Ah, ja. Leute, wenn ihr Akku abonniert, dann quittet er seinen Job. Boah, Jungs, jetzt könnt ihr euch mal zusammenreißen. Ich will hier einfach mal runter. Hab' ein Karot wieder? Äh. Haha. Lappen. Wo genau? In mir. War einer. Hallo. Oh, wenn ich hier gewinne, Mann. Das kann nicht sein. Ich hab' doch zuerst... Jetzt bin ich dran. Jetzt schieße ich zuerst. Das ist... Ah, ja. Da. Zwei Leute da drin. Ah, lol. Mann, ich bin doch noch gar nicht da. Ja. Könnt' ich anfangen ohne mich. Reise. Ja, hab' einen. Guck, Bums. Haben wir doch gemacht hier. Ja. Äh, hier. Truck. Kommt gerade hier. Hier. Crack. Down. Ja. Auf was schießt ihr da eigentlich? Ist das schon wieder was im Busch, oder? Ah. Ja. Dann trifft doch mal hier, ey. Crack durch die Wand. Komm. Oben. Hab' ich. Team weg. Ba-bam. Ah. Wer schießt? Äh, hinter uns. Wo? Hab' ich. Oh mein Gott. Du Lappen. War nicht böse gemeint. Ich wollte noch kurz hier, äh, Dings. Drohne. Oh, oh. Hier drin ist einer. Ab das Ziel im Visier. Ah, vor mir, vor mir. Unter feindlichem Beschuss. Wer hat die Betäubungsgranate? Er ist bei mir direkt. Scheiße. Bin ich bei euch? Er überfährt mich einfach. Ach, da ist aufeinander. Also super. Let's make a break. Wenn's euch gefallen hat, Leute, gerne mal ein Like da lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, euer Lieblings-Event. Hier kommt ihr zum letzten Video und schaut gerne noch bei Instagram und Twitter vorbei. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.